sagte er und startete CSGO. Du kleiner Suchti! Moment, Moment, ganz kurz. Wenn man jetzt von weiter hinten guckt, wann das es nur drei sind? Ja, du musst doch weiter runter. Wie weit muss ich runter? Weiß ich nicht. Stehen wir dann. Bis nicht mehr auffällt. Gut, dann bleib doch einfach da oben stehen und guck's dir an. Da oben. Verstehst du? Da oben. Du musst nach oben gehen, um das zu sehen. Boah, ich bin ein Poet. Nee! Kann ich? Jetzt? Ja. Juhu! Aber nicht ertrinken, ne? Mach vorher eine Fakte dran. Stopp! Tiefer geht nicht. Bist du am Boden? Ja. Ich bin total am Boden. Zerstört? Ja. Hier, direkt an der Seite musst du auch nötig, ne? Auch wenn's nur ein Stallchen ist. Fub, 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 fub. Fub, 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 fub. Ich kann einen Zombie hören. Meinst du, du schattest da unten, äh, am Grund des Bo... äh, am Grund, ähm... Sowas wie eine kleine Höhle zu machen, um da eine Fackel reinzusetzen? Warum denn das? Also, damit da unten alles beleuchtet ist, der Pfeiler. Mit Glas, zum Beispiel. Brauch ich Glas. Hab ich aber nicht, weil hat der Emmes alles geklaut. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier so runter. Wieso machst du denn den Shader aus? Was bist du denn für einer? Damit ich da unten nicht mehr sehe. Ach, du bist ein Noob bist du. Ach du liebe Zeit, hier unten ertrinkst du ja fast. Ach nee! Echt? Man kann da unten ertrinken? Stirb. 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 Los. Stirb. Äh, brauche Luft. Ich brauche Luft. Oh, nicht gut. Komm schon, nein! Ich habe dich, mein Freund. Oh Mann. Hi Emmes. Hi. Guck mal, wie er da wieder runtergekrabbelt kommt. Na, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Wer zuletzt lacht, du Zwerg? Hahaha. So fun. Das ist sein Motto. Und sprang er wieder in die Flut. Richtig. Um nochmal zu sterben. Guck mal, Emmes. Schon wieder keine Luft. Hier. Hier vorne. Hab Luft. Hab Luft. Okay. Oh. Guck mal. Was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt wieder da raus? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, dann kommt Wasser rein. Das ist schon mal blöd. Achso, ich habe keine Luft. Das fällt mir gerade so auf. Wie lange willst du da jetzt stehen? Naja, bis ich keine Luft mehr brauche. Ah. Okay, okay. Warte. Der Emmes wird es schon riechen. Der Emmes macht es schon gut. Der Emmes macht sonst alles, was sonst keiner gerne tut. Ich hätte hier Fackel gesetzt. Ich habe schon Fackel gesetzt. Sauf ab. Sauf ab. Nein, er hat es überlebt. Okay, jetzt kann ich den Shader wieder anmachen. De, 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 de 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 de. Müsste das ja beleuchtet sein, oder? Ist es nicht beleuchtet, oder sieht man das nicht, weil es so tief ist? Das sieht man nicht, weil es so tief ist. Scheiße. Naja. Hey, der will erzählt und du weißt es. Ich weiß es. Hallo. Kleines Fischi, 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 Fischi. Kleines Fischi. Underwater hunting. Ja. Ähm Jetzt nimmst du Besser mal den Crafting Table Hast du noch Stein dabei? 34 Reicht Wie viel brauchst du denn? Ähm Bring mal zu Wir haben doch auch Zäune Das kann ich dir nicht sagen Doch wir haben aus der Höhle ein paar Zäune mitgebracht Ja aber das sind viele 32 Das Kartenspiel muss ich im Übrigen noch mit dir spielen Welches Kartenspiel? 32 heb auf Kennst du 32 heb auf? Na selbstverständlich Dann möchte ich das nicht mit dir spielen Du sorgst dafür dass ich 32 hab Und dass du aufhebst Ne Aufheben musst du Ja Äh Äh Achso Stickys Brauch mal Ein bisschen Danke 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 Wir müssen wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen anbauen Damit das gleichmäßig aussieht Äh Stein Wie jetzt? Brauchst du das auch noch? Ja Unfassbar Er will Stein Er will den Stein Das kann ja gar nicht sein Dann komm ich mal zurück Und gebe ihm ein Stück Was ist denn hier los? Da Da Und da Guck mal Die Idee war Hier eine Säule Hier eine Säule Hier eine Säule Oh Jetzt hab ich gehe Also das wären Die Eckkanten aus Le Stein Okay Mit so einem hölzernen Vorgarten hier oder was? Ja Ah Aber ich hab dir jetzt all meinen Stein gegeben So 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 Äh Wir müssen hier nochmal abreißen Warum denn das? Es war um 1, 2, 3, 4 Das ist ja krass Also Mach mich klar Das Glas 4 weiter nach hinten Ja Das Problem ist That we don't have some Enchantings Ja Das ist richtig Oder aber Wir machen Das Haus nur bis hier Dann wär's aber zu klein Etwas Ja Find ich auch Oder Wir machen Oder mal Wir Wir reißen Da 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 Äh Oh nein Machen Hier Dann 1, 2, 3, 4 Dann haben wir nämlich Ach Ficken Was? Ist ja unfassbar Ich hab dich überhaupt nicht mehr gehört Ja ich weiß Aber jetzt testen ich ja wieder Jaja Was ist denn hier Phase Ja es gibt manche Fälle Da will auch mein Rechner Nicht so wie ich das möchte 1, 2, 3, 4 Ne 1, 2, 3, 4 Ja du musst bedenken Hier ist noch Wand Auf der anderen Seite ist noch Wand Dann hast du hier 3 Hast dann 1, 2, 3 Und dann wäre hier noch Wand Wand, Wand, Wand Reicht das? Nein Dann machen wir hinten noch einen schönen Balkon dran Also Balkon Balkon Mit noch einem kleinen Extra drauf Ja was viele ja nicht wissen ist Der MS kommt ja aus dem Osten Ursprünglich Ja Jaja Das ist doch Balkon Mit Ö Und NG Balkon Also ich dachte so Und dann halt Ich geh jetzt erstmal gucken Ob ich hier noch Steine hab Ja Weil ich kann ja nicht wirklich mitbauen Wenn ich keine Steine hab Und jetzt müsste der MS kommen Wer sagt denn Dass du mitbauen sollst Stimmt Uff die Fress gibt's MS Uff die Fress Und das hier sollen nur Säulen werden oder was Und dann gehst du jetzt hier Komplett mit Holz drum rum Oder machst du einen Rahmen Guck mal Was hältst du denn davon Wenn du das dann Den Rahmen aus Stein Holz innen drin Und dann noch Fenster Ja Hat was von Bergbudenflair War jetzt so Und nur ein Gedanke Jaja Man kann's auch gerne ändern Würde auch gerne anderes Holz benutzen Aber hey Wir hätten noch Fichtenholz Das ist dunkel Ja Das Fichtenholz können wir dann Oben verlegen oder sowas Wir können damit aber auch Holzrahmen basteln Dann haben wir mal was mit dunklen Wänden Könnten wir Müssen wir natürlich nicht Aber wir können Wenn wir denn wollten Geil, hä? Was wir alles könnten Wenn wir wollten Hm Ah Blödhaus Ah ja gut Wir basteln erstmal Umändern können wir es ja immer noch Umändern? Ja Also früher haben wir immer mal was geändert Aha Heute wird das natürlich umgeändert Guck mal Emmes Ist das nicht wunderschön? Wunderbar Und dann bräuchten wir ja hier nochmal Und hier nochmal Zack 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 Stimmt Und dann hier Schnieke, wa? Keule Aber dann hier wieder raus Damit wir hier Türen reinsetzen können Richtig Hast du noch Holz? Wofür? Für die Wände? Äh, ne Sieht danach aus Oder hast du Gar kein Holz mehr? Doch, doch Ja, ist nur ein State Wenn du ihn brauchst Äh, ne Eigentlich hätte ich den jetzt Nicht mehr gebraucht Aber es ist okay So Jetzt wollen wir hier mal Das Ding umsetzen Das ist schon geil Was ist geil? Schnelles bauen und so Weißt du? Mhm Nein Aber ich finde Der Balkon ist ein bisschen zu klein Der wird ja noch größer Der wird noch größer? Ja Und wie viel größer wird er denn? Ich möchte eigentlich mehr eine Terrasse haben Ja Sollte ja Sollen wir den bündig ziehen Oder soll ich hier anfangen? Hier Oder hier? Ich würde sagen Da Und wir gehen noch mal Minimum eins rundherum Hey, das zweite Strandhaus Eins rundherum? Ja Ich würde sagen Minimum Äh, ich würde sagen Zwei Dann könnten wir da noch Außen rundherum laufen Coole Idee Da haben wir endlich mal ein paar Designideen für ein Strandhaus Strandhaus 2.0 Ja Strandhaus reloaded Dann müssten wir allerdings die Säulen unten noch ein bisschen verziehen Also Ja, das kann ich ja dann machen Wenn ich absaufen will Wenn ich Bock drauf habe abzusaufen Dann mache ich das Okay Geiler Das kannst du ja ganz gut absaufen MS Hier Wer ist mit abgesoffen? Äh, keine Ahnung Wie, keine Ahnung? Ja Du bist abgesoffen, mein Freund Nein, du bist abgesoffen Und 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 du bist abgesoffen